Da ist auch noch eine Tür. Eine Sicherheitstür. Ein Klo, Zahnbürsten, okay. Ich lute erst mal. Ich bin hinter dir, Madl. Oh, was habe ich denn da geschoben? Ah, Unterschlupf freigeschalten. Was war das? Kompensator für Faustfeuerwaffen. Rückstoßredaktion. Ich habe eben einen Knopf gedrückt. Wir haben einen Unterschlupf freigeschalten im Bunker anscheinend. Ja, kam bei mir auch eben. Wo kommt der denn drauf? Sehr gut. Zielgenauigkeit bei wiederholtem Schießen. Ja, aber was soll das sein? Warum passt der denn nicht in die... Verstehe ich nicht. Warum passt der denn nicht in die... Kompensator für Faustfeuerwaffen? Wo soll der denn rauf? Der passt bei mir auf keine Waffe rauf. Auf die Pistole wahrscheinlich. Passt aber nicht. Kann ich nicht. Egal, ich behalte ihn erst mal. Hey, Suchemp! Ich habe doch eben eine Anzeige gekriegt. Wo? Hier ist was zum Aufnehmen, aber ich kann es nicht aufnehmen. Hier auf dem Tisch ist eine Kontaktliste der Zivilverteidigung. Hier. Hä? Jetzt. Lese? Ja, entschuldige. Ich habe Mühe gehabt, hier die Pistole Kiste aufzumachen, die so unsichtbar ist. Was ist das? Schaltdämpfer für Faustfeuerwaffen? Den haben wir doch schon. Erweitertes Magazin. Okay. Also, ich kann den Kompensator nicht auf meine Knarre rauf machen. Ähm. Was ist denn das hier für eine Waffe? Äh, ja, steht auch dran. Ein Kompensator für ausgewählte Faustfeuerwaffen vom Typ Revolver. Ach so, Revolver haben wir noch nicht. Ach ja, stimmt. Vom Typ Revolver. Hast recht. Ah, das ist eine grüne Möller-PP. Okay. Ja, genau. Und jetzt vergleiche ich die mal. Und... Oh, die ist bei... Keine Unterschiede. Doch. Bei mir ja. Du... Haha. Handhabung. Pass auf. Mit der Maus drüber gehen reicht nicht. Du musst es einmal anklicken. Wenn du mal die Graue anklickst, wenn du eine Graue hast, dann siehst du Handhabung. Dann fehlt hinten einer, ein Balken. Ja. Und bei der grünen, wenn du die anklickst, siehst du Handhabung, ist Balken voll. Ah. Ah ja. Ah ja. Okay. Hier ist ein 4-8-Zier-Pernrohr drin. Well. Hattest du jetzt schon so eins? Ich habe in der Weite das Möller-Magazin. Okay. Schaltdämpfer entfernen. Well. Moment. Ergänzung entfernen. Ihr müsst die Waffe manuell entladen, ne? Sonst verliert ihr die Munition, ne? Ich habe jetzt... Hier wäre ein 4-8-Zier-Fernrohr drin für Gewehre. Hast du schon so eins? Äh... Da? Ja. Ne, ist noch ein Kompensator für Forstfeuerwaffen drin. Hihi. Ähm... Wo hast du denn hier angeblich eins? Hier in der Kiste vor mir. Ja, die Kiste ist individuell. Kann ich das dir nicht droppen, wenn ich das nehme? Oh ja. Du kannst es nehmen. Du kannst es droppen, ja. Aber du musst es nehmen. Ja, ich muss aber eben was wegschmeißen. Achso, möchte jemand noch einen Kompensator für einen Revolver haben? Auf Verdacht für den Fall, dass er mal einen Revolver findet. Ich droppe hier mal einen, okay? Gegenstand ablegen. Wo ist er denn? Wahrscheinlich hier, ne? Ich habe auch einen... Ah, das sind... Ah! Ja. Verdammt. Ich habe einen Kompensator für Feuerwaffen gefunden. Faustfeuerwaffen. Ja, sag dich doch. Achso, achso. Ich dachte für... Achso, und einen Revolver. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, ich habe auch einen gefunden. Nein, ich habe auch einen gefunden. Könntest du mal droppen dein Ding ins? Oder geht's da? Ey, hier ist ein Kompensator für Feuerwaffen. Ich habe das nur eben gelesen. Ich... Ich suche aber nur einen für Revolver. Sonst hast du... Ich habe schon einen in der Tat. Danke. Ich gehe schon. Lass mich raus. Bitte lass mich raus. Kannst du mir denn mal die Waffel droppen wieder? Hatte ich. Ich hatte dieses Zielfernrohr. Das müsste hier... Ach da, ja, okay. Das habe ich. Mhm. Super. Danke. Zielfernrohr für Gewehre. Dann droppen wir es. Ich habe hier ein Handsymbol, aber... Ich auch, ja. Das ist eine Kiste. Ich habe es mit ganz kompliziert... Ich habe es gerade gehabt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Es kann nicht so gut riechen. Aus der Entfernung oder wie. Wann laufe ich denn auf einmal so schnell? Ich trinke jetzt erstmal mal. Ach so, Shift. Hier locken. Ach hier ist das Handsymbol. Toll. Danke Mr. Sun. Genau. Moment, wo ist denn... Sag mal, wo ist denn die Kiste versteckt für das Handsymbol? Ich suche das gerade nicht. Die ist im Karton drin. Aber... Also ich habe nur fünf Schuss... Äh... Vogel. Ganz schwierig. Aber das war's. Mehr ist hier nicht, ne? Äh... Doch, hier ist noch mehr. Ah. Hier ist zum Beispiel schon Klo. Den Pixel Guard. Wo ist denn das? Hat jemand schon den Generator in Gang gesetzt hier hinten? Ja. Ach, habt ihr schon gemacht. Ach, sonst hätten wir gar kein Licht hier drin, ne? Genau. Du sucht im Bunker nach Hinweisen, wo alle Leute geblieben sind. Jetzt hast du das Licht ausgemacht. Ich erinnere mich dran. Du sucht im Bunker nach Hinweisen, wo alle Leute geblieben sind. Da haben wir eine Stunde gesucht. Okay. Ach, hier ist eine Karte. Ja, da lag irgendwas. Ja, nee, hier ist eine Pinnwand. Okay. Und da steht es, glaube ich, drauf. Ich habe die Karte gerade eingesammelt. Ich habe die Karte gerade eingesammelt. Doch, finde die Häuser. Genau. Genau, das war's. Die Karte. So, und jetzt müssen wir nämlich nach Sorte. Und jetzt müssen wir die Häuser, diejenigen finden, die für die Zivilverteidigung an... Ähm... Die erkennt man in irgendetwas. Ich glaube, da waren Xe drauf oder sowas. Ja, die Pinnwand, genau. Also wieder raus, ne? Wir können jetzt hier wieder raus, ja. Okay. Ich lutsche mal so ein Midi-Pack. Ich fülle mir jetzt gleich kurz ein Cappuccino rein. Mhm. Dann bleiben wir aber noch im Bunker drin, oder? Oh, okay. Eigentlich das... Wenn du dir ein Cappuccino holen willst. Genau. Und lässt sie gleich draußen. Ja. Ja. Die ärgern mich. Muss ich nur mal eben so sagen. Na komm rein. Da. Genau die. Die ärgern mich. Wie, wie, die? Die ärgern mich. Nein, ich ärgere dich nicht. Ich lache aber gar nicht darüber. Ich hole gleich meine Mutti. Ich lache gar nicht darüber. Ja, Mama. Genau die ärgern mich. Ich nehme dich in Empfang mit einer Schrotflinte. Du und wie viele von deinen Freunden. Oder wie war das? Genau. Nein, mit meiner Mutter. Ihr könnt ja ruhig schon vorgehen. Was? Nein, wir wollen nicht zum Wachtturm wissen. Ihr könnt ja ruhig schon vorgehen. Ich bin ja sofort wieder da. Mach mal kurz Pause. Ist in Ordnung. Nee. Ihr könnt ja trotzdem nicht schon mal in die Stadt. Dann ist doch viel schöner, wenn... Ja. Ist schon alles fertig, wenn ich komme. Ist doch toll. Ich mach auch Ball Break. Hab. Gerne. Achso. Ja, okay. Siehst du. Ja gut, dann... Weiß ich nicht. Pando, was machst du? Gehst du auch weg? Bleibst du auch hier? Was denn? Ich kauf den Wachtturm nicht. Doch. Ich will mal gucken, wie gut das Seafelm jetzt ist. Warte mal, warte. Nein, wie war das nochmal? Hallo. Glauben Sie an Gott? Ja, warten Sie. Ich packe gerade auf hier. Sofine, sieht das jetzt irgendwie aus? Das ist ein Meinungsverstärker. Ich weiß gar nicht, ob das unterschiedlich weit ranzoomt jetzt. Ich glaube, ein bisschen. Ja, doch. Das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Zoom. Dann zieh ich mich um in der Zeit. Komm, wenn ihr jetzt hier alle... Dann zieh ich mich um. Kann ich in der Zeit? Die haben doch schon an die Pinnland geguckt. Sonst hätten wir doch nicht die Quest, oder? Das reicht, wenn da einer guckt, glaube ich. Das triggert uns alle weiter. Hat sie das gerade überschnitten? Genau. Geschosswiderstand. Oder hat sie das überschnitten? Hast du das nicht eben auch schon geschrieben? Ich weiß, dass mein Host-Ton dann original Tür-Klingel ist, aber ich finde diesen Klingel-Ton sehr schön irgendwie. Ich weiß, dass es dich wahnsinnig macht. Und ein bisschen muss ich drüber lächeln. Es tut mir aber leid. So oft kriege ich jetzt auch nicht Hosts. Könnte mich mal jemand hosten? Vielleicht. Es ist ein schönes Klingel-Geräusch. Es macht so Düng-Dong. Es ist nicht meine Tür-Klingel, aber ich denke auch jedes Mal das klingelt bei mir. Hat das sowas zu bedeuten, wenn ich das Ding hier aufsetze, dass ich keine Haare habe? Was? Ich glaube nicht. Das sieht albern aus. Was machst du da, Lissi? Ich zieh mich um. Der ist besser. Du ziehst dich um? Das sieht für mich nach Tanzen aus. Achso. Nein, also intern zieh ich mich um. Bist du Jockey? Achso, von hinten siehst du aus wie ein Jockey. Das ist so eine gepflichte braune Hose an und ein Helm und deine Schirmetze blinkt. Das sieht ganz schlimm aus. Dein Käppi blinkt. Die haben ständig die Farben und die Formen. Oh, jetzt haben wir. Genau. Clear Red. Galeidon. Geh mal zur Tür. Nee, Robot. Geh mal zur Tür. Die Brille, die sitzt überhaupt nicht richtig. Die sitzt nicht richtig. Auch bei Nase, die Brille. Was für ein Scheiß. Gummelt. So schlimm. Echt? Das Lustige ist, die klingt jetzt aber so echt, weil ich höre die fast nur links. Die ist links lauter als rechts über Kopfhörer. Grob. Um die Uhrzeit klingt jetzt doch geiler bei dir wahrscheinlich. Machen wir jetzt alle Pause oder was? Nö. Geh mal vor und mach schon mal die Stadt clear. Dann komme ich wieder und dann ist alles fertig. Dann können wir weiterlaufen. Okay. Das ist meine Orgie da. Tut mir leid, Robert. Die braune Anzugshose ist die beste hier. Verdammt. Ja, gut. Feuerwiderstand oder Aufprallwiderstand. Wir sollten jetzt vorgehen, ja? Wir müssen jetzt die Leute unterhalten. Ich gehe jetzt in ein Haus rein und ich gehe das blaue. Oh, nee, warte mal. Da ist ein Questzeichen. Das will ich nicht. Nicht in das blaue. Dann gehe ich in das hier. Wenn ein Gegenstand ein Satz hat für Sichtbarkeit, heißt das dann, dass man schlechter gesehen wird oder besser gesehen wird? Weil hier habe ich eine gelbe Windjacke mit Sichtbarkeit. Ich denke mir mal, dass man schlechter von den Maschinen gesehen wird, weil... Mit einer gelben Windjacke? Ja, ist normalerweise nicht logisch, aber ich denke mir mal, wenn das schon als Plus angezeigt wird, war es bis jetzt immer eine Verbesserung. Deswegen kann ich mir jetzt, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, aber es macht nicht wirklich Sinn, oder? Okay, ich gehe rein. Was ist das? Ach so, eine Bandage. Meute. Vielleicht hat die ja irgendwie einen besseren Wärmeschutz und die Roboter hat sie ihn per Thermos. Weißt du es? Mögliche? Splashfreak. Demnächst auch in deiner Stadt. Hm? Ach so. Ah, man kann hier auf den Balkon. Ist das schön. Was? Was? Mit Hermann Borg. Trautes Heim und Glück. Allein. Dem Somsöcker Han... Vonner? Wer suchet, der findet. Hallo? Bin ich jetzt hier... Oh, was ist das? Oh. Ach, noch eine Möller-PP. Okay. Hier liegt... Du bist draußen alleine rum, ne? Nein, nein, ich bin drinnen. Du rennst draußen drinnen alleine rum. Ich renne draußen drinnen immer alleine rum. Ich wollte nur schon mal das erste Haus klären und hier ist gar nichts. Ich hab mich nur umgezogen. Oben ist eine Waffenkiste. Hält er mir sein Rohr hier ins Gesicht. Ich glaub's ja wohl nicht. Was? Was? Moment. Lizzie Potter, genau. Mit dem, mit dem, mit dem, äh, links, ne? Alles klar. Muss ich ja erversichtlich werden? Äh, nein. Ich geh erstmal hoch raus. Es war kalt. Es war sehr kalt. Was soll ich sagen? Wir können weiter sterben. Was hab ich verpasst? Was... Was macht ihr denn denn? Ach, jetzt geht das los. Nein, wie der Wandel fängt an zu lachen. Doch, die hört so schnell nicht wieder auf. Luft, Luft holen, Luft holen. Atme. Atme. Warum lacht ihr denn getrennt? Die lachen ja getrennt. Wieso machst du in der Garage? Seit wann geht das so? Hier ist auch ne Waffenkiste. Hier ist nochmal die Pump-Action übrigens. Ah, bleibt mir wohl ein Dankeschön fürs Romantik. Könnt ihr mir beschreiben was passiert ist? Ich krieg ja, ich krieg ja keine Antwort. Lieber nicht. Lieber nicht. Was, das Thema könnte jetzt was? Nein, bin ich nicht. Mr. Sun, was denn? Das Thema könnte jetzt was? Spricht dich aus. Das hab ich auch eben grad gesagt. Du musst atmen, Baby. Atme. In der Garage ist übrigens auch noch eine Waffenkiste. Oben ist eine. Braucht man einen vernachlässigten Schalldämpfer? Da steht vernachlässigt. Ich hab nichts gesehen und verstanden. Okay. Das wird ne lustige Geburt, oder? Ja, genau. Das wird ne lustige Geburt. Das war schön. Und ich hab nur gesagt, dass es kalt gewesen ist. Und ich hab nur gesagt, dass es kalt gewesen ist. Das war nicht gut. Hier ist auch noch ne Waffenkiste. Was ist denn das hier? Muss ich Angst haben? Wieso kalt? Pandora? Sieht man da nen Nippel? Watt? Watt? Wo guckst du hin? Nein, ich hab nicht das nur. Weil sie meinte, es muss kalt gewesen sein. Naja, das Rohr. Das ist abgesägt halt. Das klingt man so. Abgesägt jetzt auch noch? Was? Ich hab Angst. Nippel, ich bin wieder wach, ja. Super. Braucht da jetzt noch jemand einen 4 bis 8 mal Zielfernrohr für Gewehre? Ich hab da eins gefunden. Oh, ich hab einen Anrufbeantworter hier. Ja. Geh mal ruhig ran. Rando? Was? Annikas Nachricht für Gäste. Ah, guck mal. Jetzt kann ich sie auch lesen. Ah, ich kann ja auch Audio abspielen, wenn ich jetzt Z drücke. Für dich vielleicht. Für mich eventuell nicht. Okay. Ob du ein Zielfernrohr für Gewehre brauchst? Ich hab nur ein 1 bis 4 drauf in Stufe 2. Ja, das war mal ne Frage. Wir müssen die Häuser... Wie ist dann 4 bis 8 Zielfernrohr Stufe 1? Ein graues. Welches Haus mag das sein? Da wahrscheinlich irgendwo. Nö. Ne. Das ist der Bunker. Okay. Hier war ich noch gar nicht. Verfolgen. Ahem. Ich hab grad ne Agro-Meldung bekommen. Ich auch, ja. Eine was? Wir müssen noch diese Häuser finden. Ein Indikator, dass dort ein Gegner rumrennt. Ach so, Agro. Hatte ich eben nicht verstanden. Akustisch. Ich überlege gerade, woran ich erkenne, welches Haus das sein mag. Wir müssen in verschiedene Häuser rein hier. Bist ihr, ne? Mhm. Mhm. Habt ihr irgendwie... Schieb mich nicht da rum! ...was rausbekannt, woran man das sehen kann? Ich hatte jetzt eben... Au! Ich hatte jetzt eben bei dem Haus hier so ne Raute drin. Blödsinn! Wo ich den Anrufbeantworter gefunden habe. Mhm. Ja, wahrscheinlich müssen wir in alle Häuser mit Raute oder sowas. Ja. Ich glaub, die Raute siehst du immer nur kurz davor oder so. Maschine, Maschine. Au, 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 au. Dies war wenig los für mich gerade. Da bist du! Äh, was? Das muss man dann finden? Warum nur in das Haus glaub ich reingehen, glaube ich? Ich glaub einfach nur in das Haus rein. Okay. Also keine Zettel oder irgendwas von was? Du steht im Locken, nur für die Häuser. Okay. Huch. Ob dann da drin was ist, weiß ich nicht. Ich bin grad in einem Rautenhaus und das ist komplett leer. Kann ja sein. Also das sind keine Lootboxen, gar nichts. Wahrscheinlich im Letzten oder sowas. Dass man da irgendwas findet vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Kann man hier rein? Also es sind keine Lootboxen und keine Zettel oder sonstiges. Ah, sie sagt Loot hab ich gerade auch genug. Ja. Ah, hier ist auch nochmal so ein Rauthaus, ein schönes rotes. Geh ich da mal rein. Klopapier und ich kann's nicht mitnehmen. Ah, hier ist ne Karte. Evakuierungskarte. Der Weg nach Sortham. Lesen. Auf der Karte steht Evakuierungsmaßnahmen für VMA. Fliegealarm sofort zum Luftschutzbunker in Sortham evakuieren. Zivile Evakuierungssirene. Seilpunkt zahlt Wallen IP für militärische Extration. Die Karte zeigt zahlt Wallen IP den Sportplatz bis in den Luftschutzbunker Sortham. Ah, ja. Ach, da. Hier. Die Heimmannschaft. Da müssen wir jetzt dann weiter hin. Ach, da kann man gar nicht rein, das Haus. Wenn sie mal auf der Karte guckt. Ja. Erreiche die Kürbungsstelle. Okay, dann sind sie mich daheim abgehauen. Hm? Ja? Wollen wir die Burg noch machen? Dann müssen wir jetzt zurück rennen, beziehungsweise zu dem, wir könnten zum Bauernhof schnell reisen. Aber... Ist das hier jetzt Open PvP? Ja, wir sind hier befreundet. Kann man abmachen, Friendly Fire? Also, die Burg sah, glaube ich, nur hübsch aus. Ah, okay. Soweit ich mich erinnere. Okay. Also, wenn ihr zurück wollt, können wir dann auch zurück. Das ist jetzt die Frage, wie viel EP es zum Beispiel gibt, ne? Die Sachen zu entdecken. Ah, die Unterschlüpfe... Zoom mal raus aus der Karte. Das, was weiß eingeräumt ist, das war das, was in der Beta verfügbar ist. Das große Gebiet da hinten. Ja. Das ist ja deutlich größer, als das, wo wir jetzt gerade drauf... Ja, okay. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Und die Unterschlüpfe sind automatische Schnellreisepunkte, oder wie? Ja. Gehe ich von aus. Und wir haben ja noch einen Mobilen dabei. Ach, hab mich verfolgen. Verfolgen. Ich habe hier einen verlassenen Anglersteg. Eine Sehenswürdigkeit. Oh. Ich habe jetzt meinen Wegpunkt hingesetzt. Aber ich stehe nicht vor der... Im Osten von uns. Den habe ich auch. Der Dreier. Genau. Da haben wir doch gelootet unten, bei dem Anglersteg. Stimmt, da war die Antenne, ne? Genau. Ach, stimmt. Da war gelootet. Aber das könnte ich verfolgen. Warum auch immer. Du kannst alles verfolgen. Du kannst alles verfolgen, wo du warst. Okay. Du kannst auch... Ja, dann setzt du einen Wegpunkt dahin. Ah, okay. Dass du ihn auf dem Kompax sehen kannst. Das habe ich jetzt bei dem Sportplatz hier mal gemacht. Die Heimmannschaft verfolgen. Und jetzt müsste ich ihn eigentlich auf dem... Ne, tue ich nicht. Wo? Dann setze ich da. Guckst du auf die Karte, Wegpunkt setzen. Da wo die 1 ist. Ah, ja. Da müssen wir jetzt hin. Okay. Eigentlich. Okay. Wer hat denn hier das Auto angezündet? Müsste es eben auch eine Meldung bekommen haben, glaube ich. Ich nicht. Dass die Quest erledigt ist. Der schubst mir ja die Farbe hier rum. Ich nicht. Auch nicht. Ich habe die Meldung bekommen, dass die Quest abgeschlossen ist, ja. Mhm. Genau. Dann kannst du, wenn du auf I drückst, kannst du auf Lock gehen und dann müsstest du dann die nächste Quest sehen. Die Heimmannschaft. Immer oben die weiße. Ah, ja. Okay, ja. Erreiche die Evakuierungsstelle. Ich quäle meinen Dino nicht. Und Eugene, schönen guten Abend. Schödingers Tiger. Du solltest aufpassen. Mhm. Ich werde den Dino dann liebhaben, wenn ich im Keller bin. Mit der Couch. Mit der Couch. Im Keller. Ach, nein. Ich frag mal lieber auf euch. Ich glaube, ich brauche Hilfe in euch. Wer sucht, der findet den Somsirka Hanfina. Gibt es jetzt freundlich Feier? Ich glaub nicht. Wir können es ja ausprobieren. Oh Gott. Ich warte, bis ich wiederkomme. Au, au, au. Erzthaft. Psychisch tut's mir weh. Psychisch, ja. Du kriegst, glaub ich, dann nur bei den Umgebungssachen dann den Schaden. Dann sind wir bei den explosiven Dingen an. Oh, oh. Okay. Ich hab eine Akkuanzeige. Ja, ich auch. Der steht hier vorne. Direkt. Sehr gut. Ich hab noch eine Akkuanzeige. Ja, bestimmt. Hier sind mehrere. Also jetzt, warte mal, kommt die aus meiner Richtung? Ne, ne? Ja, doch. Siehste? Wieso? Warte mal, na? Erstmal Entschuldigung. Pando, kommst du? Jaja. Da hören wir vom Haus. Oh. Was ist das? Flugdings. 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 Oh, ja kommen sie. Pass auf. Ganz viele. Oh, Laufdings. 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 Ich muss nachlassen. Ich lad nach. Ich lad nach. Ich lad nach. Ich hätt gerne einen Nahkampf, um ranzugehen, ey. Mauerhammer. Warte, wir lenken jetzt mit Feuerwerken ab. Das geht. Er kommt schafft rein und schaltet heiße Ware. Wie rennt er denn jetzt hin? Können sie doch einfach erschießen. Nee, das Feuerwerk ist schön. Guck mal. Oh, Silvestner. Außen laufen die da hin und gucken sich das an. Und gucken durch die Wand. Jetzt ist er hier hinterm Zaun. Da rennt er. Das sind aber doch noch mehr gewesen. Da guckt noch einer durch den Zaun. Ja, was ist denn das hier? Ich hör ihn auch laufen, glaub ich. Schrotfleck-Munition. Und hier sind noch mehr von den Flugdingern. Flugdings? Mhm. Flugdings. Oh, Panzerbrechende Munition. Die grünen Dinger unbedingt looten, ne? Die scheinen gut zu sein. Da liegen jetzt noch so ein Flugdings. Oh, hat die denn gemacht Palette oder was? Oh, ist weg. Oh, oh. Hier war noch einer. Der ist weg. Alles klar. Hier sind noch zwei. Ja. Wo ist der denn hin? Panzerbrechende Forstwaffen? Oh, 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 oh. Leute. Ich muss mich verarsten, ja, ich weiß. Oh, Level 3, ich kann endlich das Dings machen mit mehr Tragen. Oh, kann ich ja auch. Tragekapazität, endlich. Tragekapazität kaufen. Oh, endlich. Ich glaube, ich werde Gesundheitsmengen, naja, wobei es gut ist, geht. Hier ist Zeugraum, eine Karte. Hey, Mort, hallo, schön, dass du da bist. Zeug? Ich weiß nicht, warum der das sagt. Oder EP gewinnen. Hm. Okay, da am Auto soll irgendwas drin sein, anscheinend. Was ist das? Mein Mann, mehr EP. Ein Funkgerät? Geh mal in die Richtung. Die Scherenlakenkarte. Ich hab ein Funkgerät aufgenommen, was macht man damit? Moment. Die Scherenlakenkarte. Moment. Wo ist denn? Das Funkgerät ist das, was Welt war. Ach so. Von der, von der, ähm, na. Von der Antenne. Ja, damit kannst du dich dann, kannst du in mobilen Schnellreisepunkte setzen. Oh, cool. Okay. Willst du das mitnehmen? Kannst du dich mitnehmen? Hab ich schon. Ach, dann ist das für jeden hier, oder wie? Anscheinend. Ja, okay. Dann haben wir zwei. Das ist auch gut. Also drei. Ich hab ja schon eins gehabt. Gott sei Dank hab ich grad ein Leiste dazu geschaltet. Also ich hab auch eins. Oh, das ist gut. Ja, dann war das für jeden einmal da wahrscheinlich. Uh, hier im Auto ist ja gleich richtig was an. Posten-Munition? Was zur Hölle? Oh, ich hab das Funkgerät hier angeschaltet. Evakuierung ist abgeschlossen. Kehren sie zur Basis zurück. Lieutenant, wir werden fest an den 10 Nuten abriegeln. Was ist hier Status? Bitte kommt. Ich glaub, ihr könnt das lesen, wenn ihr Z drückt. Oder? Ja. Nö. Da müsste so ein Hinweis gekommen sein, glaub ich eben, dass ihr Z drücken könnt. Dann könnt ihr euch den Text auch nochmal angucken und anhören. Hier ist eine Waffenkiste. Hier ist eine grüne Pumpgun drin. Für mich jedenfalls. Und die Pumpgun... Hä? Für mich hier so eine graue, vernachlässigte Möller-PP. Ich muss was trinken. Boomer! Gute Nacht! Schlaf schön! Also diese Pumpgun, die ich... Hä? Wieder was im Dach? Hm? Was? Moment. Die macht etwas mehr Schaden, die grüne Pumpgun. Ich hatte eine vernachlässigte Pistole. Eine vernachlässigte Pistole? Da stand drüber, vernachlässigt! So, also hier... Also eventuell habt ihr auch hier eine grüne Pumpgun drin. Die macht etwas mehr Schaden. Einen Strich mehr. In dem... In dem... Genau, da wo Lissi gerade reinläuft. Oh, ich krieg eine Feindanzeige. Eine Feindanzeige? Bei mir ist... Bei mir ist Muni drin gewesen. Äh? In der Waffenkiste? Ja. Mehr nicht. Keine Waffe, nur Muni. Okay, es waren wieder fliegende Viecher. Äh? Wir müssen noch was finden. Bei einer Drohne. Ach ne, ich finde den Militärschutzpunkt Westland. Wo ist der denn? Leer ist. Okay. Wo ist denn der Militärschutzpunkt? Sein Vorhang fällt. Unruhe in der ODS. Kriegen wir gar nicht angezeigt, oder wie? Wo der Militärschutzpunkt ist. Seht ihr den auf der Karte? Ne, ne? Auf der Karte? Nein. Nein. Sehr interessant. Der Sportplatz ist eine Sehenswürdigkeit, ich bitte dich. Ja, es ist ein kleines Städtchen, was willst du denn? Wollen wir dann nach Süden zu diesen Häusern? Ja, können wir machen. Warte mal, ich gucke mal eben, ob der hier steht. Finde die Militärschutzpunkt Westland. Ja. Huch. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Versionsgegenstände, Audio abspielen. Ach, warte mal. Darauf dürfte, kann ich die Karte denn irgendwie angucken? Oder muss mir das reichen? Das muss, glaube ich, reichen. Du klick mal, geh mal in das Log und klick mal auf die Heimmannschaft, dann bist du ganz unten rechts Missionsgegenstände. Aber wenn du da mal auf den Kompass klickst, siehst du ein Foto von dieser Karte. Ja. Und da ist ja so ein X. Ja. Ich glaube, danach können wir uns nur orientieren. Ja. Das wäre ja. Hier. Genau. Ungefähr da. Ungefähr ja da. Da wollten wir sowieso Richtung Süden hin. Genau. Genau. Dann nehmen wir, also auf Südöstlich ist mein Wegpunkt noch auf 3. Ach so, komm, gehen wir erstmal zur 3. Genau. Das ist ja viel näher. Machen wir das. Wieso ist denn hier? Äh, Einwände? Nein. Von mir nicht. Nein. Hallo? Was denn? Ich warte hier. Wieso steht hier Waffen 0 von 1? Ja, eben. Ich habe doch hier eine neue Waffe bekommen. Eben. Das ist es. Das ist das, was ich vorhin schon meinte. Kann das sein, wenn man die Waffe schon hat und die dich mitnimmt, dass das dann nicht zählt? Kann sein. Aber ich habe eine Waffe mitgenommen. Ich habe hier eine neue, ich habe hier eine bessere bekommen hier. Ja, dann müsstest du ja bitte zählen. Ja. Puh, oder es geht jetzt doch für die Gruppe oder sowas. Ähm. Ja, vielleicht liegt irgendwo ein LMG persönlich gefunden. Das liegt aber, glaube ich, an mir an. Also hier, hier drin, wo ich jetzt stehe, da drin war eine Waffe für mich. Könnt ihr ja auch nochmal rein, wenn ihr Lust habt. Bei mir war nur nee. Eine grüne Shotgun. In der, aber in der Waffenkiste, es liegt doch eigentlich immer eine Waffe drin, oder? Weil das war eine lange Waffenkiste, ne? Da kann eigentlich keine Munition drin liegen. Glaublich. Wo liegt die denn bei dir? Ja, wenn du reingehst, rechts gleich. Also du siehst hier von hier aus schon. Du guckst genau drauf. Hä? Ich war doch eben hier drin. Warum? Ja, bei mir liegt jetzt hier auch eine Waffenkiste. Ah. Ja, hast du nicht geguckt? Bei mir liegt ein Schalltemper. Musst du Taschenlapper anmachen. Ein Schalltemper für Jagdgewehre liegt hier drin. Ich nehme mal die Möller-PP raus. Vielleicht zählt das dann. Und eine Pump-Action liegt daneben. Ja, die graue. Meinst du die alte wegschmeißen und dann die neue? Ich habe eine bessere Pistole. Also... 8x42, okay. Ah, das Funkgerät ist deckt noch nicht. Oktoberfest. Hier hat jemand mit Rot fest hinter Oktober geschrieben mit einem Smiley. Ja, ist ja nicht so schlimm, wenn man eine Waffe da nicht gefunden hat und die aufgenommen hat oder sowas. Mortus ist aufgewühlt und braucht Ablenkung. Äh, Zerstreuung für den aufgewühlten Geist. Na dann herzlich willkommen. Was? Mörder-Pipi? Was? Wie viel braucht denn eine Pistole an den Tablaz? Im Pando könntest du vielleicht sonst dann Kolben nochmal auf jemanden richten? Jetzt lachen die dann wieder und das zerstreut Mortus ein bisschen. Ich meine ja nur. Es war das Rohr, nicht der Kolben. Oh mein Gott. Und der war eiskalt. Was? Nicht auf mich! Göttes Wind! Ich wollte nur ein Ohrloch schießen. Mit einem Rohr, ja. Mit einem Rohr, ja. Man, dann pass auf, wenn er sowas zu dir sagt. Ah, hier, das ist abgesperrt. Da kommen wir nicht rein. Da müsste man jetzt erstens... Ich habe die Triche, aber die bringen mir nichts. Ich glaube, das muss mir erst gehen. Und zwar auf... Oh! Was ist das? Skill? Bisbegierde, Chemiker, Schlössertknacken. Ah. Ich bräuchte jetzt zwei Skillpunkte. Schade. Achso, meine Aufgewühltheit soll zerstreut werden. Nicht er. Ja, okay, gut. Die Jungs sind schon wieder verformt. Schlossknacken hat keiner von euch geskillt schon. Nee, bislang nicht. Okay. Bauernhof Björkwik, Sammlergegenstände. Trüffelschweine vor. Was ist das denn hier? Ein Sammlergegenstand ist hier. Nein. Ich glaube, deswegen kam die Frage von Well. Ja. Ja, du kriegst es auch mit Dietrich nur auf, glaube ich, wenn du Schlossknacken das Geld hast. Möglich, ja. Wird Sinn machen. Ich erinnere mich da so... Ich glaube, China hatte das damals. Krieg? Oh, müsste das sein alles gut. Der war der einzige, der uns die Türen öffnen konnte. Nicht weinen. Wir hören schon auf von kalten Rohren zu sprechen. Kinder, Kinder, Kinder. Was denn? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was die alle mal haben. Ich rede nur von einem Gegenstand. Ja, 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 ja. Wie ist es eigentlich, wenn das Klima ab 18 ist? Dürft ihr den trotzdem mitmachen? Trotzdem zugucken oder was? Nein, wir werden immer nach dem Ausweis gefragt. Auch an der Kasse, wenn ich Alkohol kaufe. Ich sehe den Liederkauer auf. Lass mich dran glauben, bitte. Lass mich dran glauben, bitte. Lass mich dran glauben, bitte, bitte, bitte. Ich habe 41 Adrenalin. Könnt ihr jetzt mal sterben? Bitte? Durch tue ich alles. Die Gasmaske hat einen Sonnenbrillen-Dingsbums-Overlay hier bei mir. Rikke, versteht ihr, was ich sage? Wie jetzt hier im Chat oder bist du im Discord? Also, du könntest etwas lauter schreiben, Morthos. Aber ansonsten kann ich dich klar verstehen. Wahrscheinlich hier ist er im Discord. Ah, hier ist eine... Ich habe einen Sammelgegenstand gefunden. Ihr müsst ihn selbstständig finden. Äh, das ist ja eine fiese Ansicht, wenn man... Verdammt. Auf einmal ist sie aus nichts materialisiert sich plötzlich neben mir und dem Sammelgegenstand. Aus dem Nichts. Was ist mit der Gasmaske? Ist aber mies, wenn man die auf hat, ne? ABC-Schutzmaske heißt das. ABC-Schutzmaske. Ja, ja. Hier ist die Sammelgegenstand. Was ist das? Das heißt ABC-Schutzmaske. Achso, ja, Entschuldigung. Am Tisch. Aber ich habe so einen trüben Blick dadurch. Eine Kassette. Mein Mixtape. Mein Unteroffizier hatte damals auch einen trüben Blick, als ich zu ihm Gasmaske sagte. Und er daraufhin rief, ABC-Schutzmaske heißt das. Oh Gott. Und dann kam dieser trübe Blick. Das hat mir Angst gemacht. Wie die Chipsmunks auf Speed. Sehr schön. Oh, Jane & James Dynamite Hochzeitsmix. Eine Kassette voller Liebeslieder und Dance-Hits gespielt auf der Hochzeitsfeier von Jane & James. Ach, wie schön. Ach wie, Moment, da kann man was zu durchlesen zu den Sammelgegenstandern? Ja, ja. Das davor war ja Apostolic Band. Das war ja ein Metal-Duo aus Rumänien. Eine Metal-Band. Genau. Ah, okay. Können wir die auch anhören? Wir konnten ja Dinge... Nee, das würde ich cool finden. ...player nicht mitnehmen, leider. Was Gott will. Welche Eier kommt hier nicht? Nicht die, keine Eier. Player, habe ich gesagt. Player. Player, bitte. Ich muss die Gasmaske wieder abnehmen, das ist voll doof. Äh, Entschuldigung, die ABC-Schutzmaske. Was bringt sie dir denn eigentlich? Ähm... Schlechte Sicht. Und was noch? Ähm... Gaswiderstand. Tatsächlich, aber bis jetzt... Wegpunktsitz. Wollen wir... Wollen wir... Ich habe Kleidung mit Gaswiderstand. Ach nee, gucken wir doch auf... Ach doch, pass auf. Ähm... Ich habe meinen Wegpunkt gesetzt. Hier ist noch, bevor wir nach Süden abdriften, ist auch noch mal so eine Gebäudefront. Wollen wir da erst vorbeigucken und dann so von da aus nach Süden gehen? Ja, ja, können wir gerne mitnehmen. Können wir machen, ja? Ja, ja, ja. Das tut wir so gerne. Uhu! Ja! Ja! Auf jeden Fall. Wo ist denn durchzählen? Eins, zwei, Lizzie, okay. Ähm... Eins, zwei, Lizzie. Das ist so durchzählen. Eins, zwei, Lizzie, durchzählen. Okay. Ich komme hier nicht rüber, über den Stein. So. Kann ich meinen Wegpunkt wieder entfernen? Ja. Da war ich schon drin, ne? Ja. Mhm. Da hinten ist noch was. Oh, die Leerantenne. Moment. Ah! Ja, gehen wir doch erst da hin. Sie ist hier irgendwo auf halbem Wege. Wo siehst du das? Äh, kam eben eine Einblendung für mich, die Leerantenne. Ah, okay. Okay. Und man sieht sie jetzt auf der Karte und da hinten, das gelbeleuchtende Blinks. Blinkdinks. Und da ist auch Gegnerbewegung. Also ich sehe nichts auf der Karte. Sag mal, Vicky, was ist eine Kassette? Ist das eine gute Idee? Echt nicht? Auf der Karte siehst du nichts? Nein. Direkt vor mir quasi. Ja, ich sehe es blinken, aber ich sehe auf der Karte nichts. Achso. Mir willst du auf der Karte sagen, was da ist. Okay. Und da sind auch Gegner. Oh, warte mal. Dann mache ich nochmal eben... Ich mache nochmal... Ne, mach Feuerwerk. Warte, ich lenk sie ab. Ich lenk sie ab. Ich lenk sie ab. Nicht auf die Entfernung töten. Ich schieße auf die Schüssel. Ich schieße auf die Gegner. Ich finde das Feuerwerk schick. Ich weiß nicht, ob wir die nicht doch springen müssen, die... Kann man mit der Faust auch? Gibt es überhaupt eine Faust? Ne, ich glaube nicht. Na, Kampfangriffe gibt es die glaube ich nicht. Geh mal von der Antenne weg. Ich schieße mal mit dem Jacke da drauf. Das macht Pando schon eine ganze Zeit über. Ich mache mal da Schrotfeld hier. Yoi. Oh ja, geht. Okay, geht weiter. Ich habe jetzt auf die... Da waren links und rechts... Auf der Antenne waren so... Äh... Ja. Kanister. Auf die habe ich geschossen. Möchtet ihr mal das Funkgerät mitnehmen hier? Ich habe schon drei, glaube ich. Drei? Zumindest. Ich habe zwei. Pando, wie viel hast du? Eins. Aber... Ja, dann nimm. Das reicht. Mein Inventat ist das voll. Ja, nimm... Also wie gesagt, ich habe zwei. Ja, ich habe es schon. Ich habe es schon. Achso, bei mir schieße es auch nochmal. Achso, ja stimmt. Ich kann... Pass auf. Ich nehme mal eins mit. Ich stelle mal hier eins hin. Können wir ja machen. Ich kann ja hier eins hinstellen. Dann haben wir eins wieder weg. Ja. Und haben hier einen Schnell-Teleportierungs-Platz. Die Frage... Ist halt die Frage, ob der... Ob der... Ob der es immer nur eingeben kann? Genau. Ob der überschrieben wird? Das werden wir dann sehen. Wenn der hier mal überschrieben wird, ist ja nicht so schlimm. Aber dann kann ich ja auch noch eins setzen. Als nächstes. Bist du wirklich mit Wanderhell? Wieso hat der dich denn... Was? Habe ich dich vertippt, Mortus? Achso. Wir haben einen Wanderhell. Bist du wirklich mit W geschrieben? Ach, war ich falsch. Ich spreche es immer falsch aus, ne? Ach, verdammt.